Geld regiert die Welt. Geld ist Macht. Vermögen sind Macht. Wer Machtbegrenzung will, muss Vermögen begrenzen. Jedenfalls, wenn sie sehr, sehr hoch sind und entsprechend viel politische und finanzielle Macht bedeuten. Unser Vorschlag 30 Millionen Euro als Obergrenze für Privathaushalte. Stell dir vor, wir hätten eine Welt ohne Superreiche, ohne Milliardäre. Das wäre eine viel bessere Welt. Wir stellen dir acht Gründe vor, aus denen das unerlässlich ist und wir sprechen auch über Konsequenzen. Das Video könnte sehr lang sein. Wir beschränken es mal auf die wesentlichsten Punkte. Wir haben eine Website dazu, die hat noch mehr Infos. Schaust dir mal an, denk drüber nach. Interessantes Thema, wichtiges Thema. Ein Abo würde uns freuen, dann bleibst du auf dem Laufenden über unsere weiteren Ideen. Vielen Dank. Vermögensbeschränkungen sind eines der neuen Module des Economic Balance Systems von Economy for Mankind. Auf dieser Webseite sehen wir die ganzen Details. Link in der Beschreibung. Und auf dieser Seite bei NEO sehen wir genau die gleiche Seite, weil es eins zu eins ein Programmpunkt ist. Vorab ein Disclaimer. Nein, das ist kein Reichenbashing oder kein Reichtumsbashing. Reichtum ist gut, ist notwendig aus Gründen der Motivation. Wenn es nämlich keinen Reichtum gibt und wenn es keine Gehalts- und Vermögensunterschiede gibt, dann würde auch niemand mehr leisten als nötig. Dann sind wir im Kommunismus und das bricht zusammen. Dazu haben wir auch einen Link in der Beschreibung zum Thema, warum funktionieren Sozialismus und Kommunismus nicht. In unserem System gibt es viel bessere Möglichkeiten für alle, Vermögen aufzubauen. Aber aus acht Gründen darf es keinen Superreichtum geben. Diese Gründe sind vor allen Dingen die politische Macht der Superreichen. Superreiche können sich Politik praktisch kaufen. Da werden wir gleich mal ein Beispiel sehen. Der berühmte Louis Brandt als Richter am obersten Gerichtshof, also am US Supreme Court, hat einen wunderbaren Satz formuliert. Wir können Demokratie haben oder Reichtum in den Händen der Wenigen. Aber wir können nicht beides haben. Genau darum geht es. Das ist schon ein hervorragender Grund, warum es kein Superreichtum geben darf. Bill Gates ist natürlich das prominenteste Beispiel dafür, wie vernetzt jemand ist allein aufgrund seines Reichtums. Hätte er diesen Reichtum nicht, dann hätte er diesen politischen Einfluss nicht. Und dann muss man sich fragen, warum hat jemand, der viel Geld hat, so viel mehr Macht als Menschen, die kein Geld haben. Das ist in einer Demokratie inakzeptabel. Regierungschefs verhindern Vermögensteuer. Warum tun sie das? Entweder, weil sie gekauft sind oder weil sie sich selbst zur Oberschicht dazugehörig fühlen. Wir sehen hier einen Milliardär, der einen Politiker bezahlt mit über 11 Millionen Euro. Frage, kann man das noch Interessenkonflikt nennen oder ist das schon Korruption? Ich lasse das mal offen im Raum stehen. Mag sich jeder selbst beurteilen. Dann geht es um die mediale Macht der Superreichen. Da hat Paul Sete einmal sehr schön im Spiegel formuliert, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Bums, Treffer versenkt. Das sind heute wahrscheinlich eher 20 bis 50 Personen, denn dieser Spur ist von 1965 und das wird immer konzentrierter. Dazu habe ich mal einen Artikel geschrieben, Link in der Beschreibung, der heißt Deutschlands Medien der Milliardäre und festgestellt, dass fast alle privaten Medien in der Hand von Milliardären sind. Weitere sehr gute Gründe für Vermögensbeschränkungen, die inakzeptable Ungleichverteilung. Es kann nicht sein, dass die große breite Masse gar nichts hat und einige wenige extrem viel. Das ist ein unendlicher Gier. Wenn wir Gier begrenzen, dann bremsen wir auch den Zwang zum unmöglichen ewigen Wirtschaftswachstum, der dadurch angetrieben wird. Mit der Begrenzung von Vermögen haben wir weniger Plünderungen der Natur, weniger Spekulationen mit Existenzgrundlagen, wie zum Beispiel mit Wohnen oder mit Nahrung. Beispiel, auch wieder Bill Gates, der eine Milliarde Quadratmeter Ackerland besitzt. Wozu muss irgendjemand eine Milliarde Quadratmeter Ackerland besitzen? Kann mir das mal jemand erklären? Und ein Nebeneffekt ist auch von den Superreichen erwünscht. Ackerland ist ein Spekulationsobjekt. Ist hier zum Beispiel von 2.000 auf 4.000 Dollar pro Acker, in Acker sind 4.000 Quadratmeter etwa, gestiegen. Wie kann man das zulassen? Völlig inakzeptabel. Dazu sagte Mahatma Gandhi, die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Dann haben wir Renditedruck auf den Arbeitsmarkt, der völlig inakzeptabel ist. Das werden wir gleich mal sehen bei Arbeitsbedingungen. Dann haben wir mehr verfügbare Immobilien, wenn einige wenige nicht extrem viele Immobilien besitzen dürften. Dadurch haben wir auch sinkende Immobilienpreise. Wir haben eine Stabilisierung der Finanzmärkte und wir können den ganzen Sinn des Lebens mal neu definieren. Wenn es nicht mehr möglich ist, unendlich viel Geld anzuhäufen und man diese Grenze erreicht hat, dann muss man sein Leben mal völlig neu ausrichten. Was ist wirklich wichtig im Leben? Und da wird die ganze Gesellschaft sich verändern. Wenn wir Vermögensbeschränkungen umsetzen, dann wird das eine andere Welt sein. Und das, was wir hier machen, das ist nicht irgendein revolutionärer Spinnerkram. Das ist Landesverfassung Bayern. Artikel 123 schreiben wir in dem Fall zur Erbschaftssteuer. Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelnen zu verhindern. Wir setzen hier praktisch Artikel 123 der Bayerischen Landesverfassung um. Professor Krusmanski hat dazu das wunderbare Buch geschrieben, 0,1 Prozent das Imperium der Milliardäre. Von welchen Größenordnungen, von wie vielen Personen sprechen wir hier eigentlich? In den USA gibt es dafür diesen sperrigen Begriff Ultra High Net Worth Individuals, also ultrahoch Netto Vermögensindividuen. Dabei hat die Boston Consulting Group einmal eine Grenze gesetzt von 30 Millionen Dollar. Das hatte damals den Grund, dass man eine Zielgruppe definieren wollte. Ab 30 Millionen Dollar lohnt es sich, dass Investmentbanken hier ihre Zeit investieren, um Vermögen zu verwalten. Daher kommt dieser Begriff. Wie viele Personen sind das? In Deutschland sind das, Stand 2018, 6320 Personen. Mehr ist das nicht. Das ist ungefähr die Hälfte der Einwohner von Hamburg-Blankenese. Den Rest betrifft das nicht. Das ist weniger als einer von 10.000 Einwohnern, 0,01 Prozent. Hier sehen wir mal die Liste der reichsten Menschen der Welt. Das sind jetzt mal die Top Ten aus der Bloomberg-Liste. Da sehen wir auf Platz 1 den Zerstörer des Einzelhandels, Jeff Bezos, auch ein grauenhafter Arbeitgeber, wie wir gleich sehen werden. Da sehen wir Bill Gates, der über Leichen ging bei der Zerstörung seiner Mitbewerber. Da sehen wir Mark Zuckerberg, Platz 5, Eigentümer oder Hauptaktionär von Facebook. Der mächtigste Mensch bei der Entscheidung von Wahlen, der in der US-Wahl einen größeren Einfluss hat als alle anderen Menschen. Dann sehen wir hier Platz 7, 8 die beiden Gründer von Google, die auch Wahlen manipulieren durch manipulierte Suchergebnisse. Dann sehen wir auf Platz 10 den reichsten Inder. Dazu kommen wir gleich noch zu diesem Herrn, zum Thema Dekadenz. Einige Zahlen. Das reichste Prozent besitzt mehr als alle anderen zusammen. 62 Superreiche besitzen so viel wie die halbe Welt, was nicht stimmt, weil bereits ein einziger Milliardär mehr besitzt als die Hälfte der Weltbevölkerung, weil die Hälfte der Weltbevölkerung überhaupt kein Vermögen hat. Im vorletzten Jahr haben die reichsten 500 Menschen ihr Vermögen um 1200 Milliarden Dollar erhöht, während rund 700 Millionen Menschen von weniger als 1,61 Euro am Tag leben. 3,27 Milliarden Menschen, also 44 Prozent der Weltbevölkerung leben von weniger als 4,66 Euro am Tag. Das sind Zahlen der Weltbank. Hier haben wir einen Artikel von 2012. Reiche bunkerten damals über 20 Billionen Dollar in Steueroasen. Heute dürfen das etwa 40 Billionen sein. Das heißt, heute liegen 40.000 Milliarden Dollar in Steueroasen, weil die Reichen nicht mehr wissen, wohin mit dem ganzen Geld. So absurd ist das. In den USA können wir unsere Zukunft besichtigen, in vielerlei Hinsicht. In Hinsicht auf die Vermögensverteilung und die Einkommensverteilung sieht es so aus, das reichste Prozent oder das Top-1 Prozent kassiert über 50 Prozent aller Einkommen. Die reichsten 0,1 Prozent haben mehr Vermögen als die unteren 80 Prozent. Die Mehrheit der Bürger hat keine 400 Dollar auf dem Konto, um eine Extra-Rechnung zu bezahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Über die Hälfte der Bürger kann keine 400 Dollar aufbringen. Die leben von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Das Problem ist alt, das Problem ist bekannt. Politiker ändern daran nichts, machen auch gar keine Anstalten, das zu ändern. Warum? Das ist nur durch Korruption zu erklären. Wer korrumpiert sie? Die Superreichen, damit das auch alles schön so bleibt. So sieht es in Deutschland aus, so steigt die Zahl der Milliardäre. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, die im Herrschaften Milliardäre? Sollen wir wieder zu Dienern werden? Sollen wir den Feudalismus einführen? Eigentlich haben wir zum Großteil bereits wieder Feudalismus. Die Ungleichheit von Lebenseinkommen von Arbeitnehmern hat sich bei den Geburtsjahrgängen 1935 gegenüber 1972 verdoppelt. Das ist eine Generation. 1935 ist zum Beispiel der Jahrgang meines Vaters. 1972 ist der Jahrgang zwischen einer meiner Schwestern und meinem Bruder. Innerhalb einer Generation hat sich die Ungleichheit der Lebenseinkommen verdoppelt. Lebenseinkommen heißt das, was man seinem ganzen Leben verdient. Mein Telepoliskollege Alexander Dill hat es auch sehr schön beschrieben. Wer nicht geerbt hat oder unter günstigen Rahmenbedingungen, das heißt zum Beispiel als in der Nachkriegszeit die Immobilien noch bezahlbar waren, Vermögen aufbauen konnte, muss heute die Renditen der Alten erwirtschaften. Von seinem Arbeitseinkommen kann und soll der Bürger kein Vermögen mehr bilden. Das ist politisch gewollt. Der Fokus sieht das ganz genauso. In den 70er Jahren kamen die Deutschen selbst mit einem kleinen Einkommen weit besser aus als heute. Doch nicht nur Niedrigverdiener geraten unter finanziellen Druck, auch die Mittelschicht hat kein Geld mehr übrig, um Vermögen aufzubauen. Armut wird gemacht. Das ist politisch gewollt. Seit nimmt eigentlich die Bundesregierung nichts gegen Steuerschlupflöcher. Warum ist das so? Das ist nur durch Korruption zu erklären. Ein Mythos, mit dem Vermögensteuern abgelehnt werden, ist immer, ja, da sind ja so tolle Erfinder, die haben die Menschheit vorangebracht. Ist das tatsächlich so? Hören also Menschen auf, etwas zu erfinden, wenn man nicht mehr super reich werden kann? Das möchte ich mal bezweifeln. Schauen wir uns mal den angeblichen Erfinder des Telefons an, den Alexander Graham Bell. Da schrieb sogar der Spiegel, war er wirklich der Erfinder des Telefons? Nein. Er hat die Idee ausgeschlachtet und optimiert, was andere vor ihm erfunden hatten. Konkurrenten, die weiter waren, als er trickste aus und trieb sie in den Ruin. Was übrigens auch ein Bill Gates macht, was im Grunde genommen alle Milliardäre machen. Dazu gibt es dieses schöne Zitat von Honoré de Balzac, hinter jedem großen Vermögen steht ein Verbrechen. Ganz genau hieß das, wenn man jetzt die Haare spaltet, er hat gesagt, das Geheimnis eines großen Vermögens ohne offensichtlichen Anlass ist ein vergessenes Verbrechen. Vergessen deshalb, weil es einfach gut gemacht wurde. Heißt aber verdichtet, hinter jedem Vermögen steht ein Verbrechen. Was sind das eigentlich für Verbrechen? Robert Reich, damals der Arbeitsminister unter Bill Clinton, sagte, jeder, der eine Milliarde Dollar hat, hat entweder ein Monopol ausgebeutet, das schon längst zerstört werden sollte, oder er hat Insider-Informationen, die die Öffentlichkeit nicht hat, oder er hat Politiker geschmiert, oder er hat Geld von Eltern geerbt, die so etwas gemacht haben. So, was für Arten von Verbrechen stecken denn hinter den hohen Vermögen? Das sind natürlich die illegalen Verbrechen, die machen aber einen relativ kleinen Teil aus. Der größte Teil sind die legalen, aber illegitimen Verbrechen, zum Beispiel die Zerstörung von Wettbewerb. Die Ausnutzung von Marktmacht zur Profitmaximierung, die Ausbeutung von Arbeitnehmern. Nehmen wir zum Beispiel den aktuellen Fall, Amazon-Kuriere müssen in Wasserflaschen pinkeln, weil sie keine Zeit haben für Pinkelpausen, damit der reichste Mensch der Welt seinen Profit maximieren kann. Das ist auch in den Logistikzentren so. Wer da aufs Klo geht, hat Angst, seinen Job zu verlieren. Und weil das noch nicht reicht, hat Amazon sich ein Armband patentieren lassen, das genau misst, wie Arbeiter in Lagerhallen während ihrer Schicht ihre Arme bewegen, in Echtzeit. Das heißt, die Arbeitnehmer werden vollkommen kontrolliert. Und sobald auch nur eine Bewegung nicht optimiert ist, droht ihnen die Kündigung. Ein weiteres Beispiel aus der Geflügelindustrie. Auch hier gibt es keine Toilettenpausen. Da wird gehetzt, gehetzt, gehetzt. Und wenn jemand auf die Toilette muss, dann verliert er seinen Job. Was machen die Menschen? Erleichtern sich dann unter den Fließbändern, machen sich in die Hose oder tragen Diapers hier. Heißt Windeln. Die tragen Windeln bei der Arbeit, weil sie nicht zur Toilette können. Und wer profitiert davon? Die Eigentümer der Unternehmen. Alles Superreiche. Weitere Gründe, Vermögen zu beschränken. Das Ausquetschen von Lieferantenmargen. Die Plünderung der Umwelt. Die Plünderung von Rohstoffen. Die Plünderung der dritten Welt. Und dann gibt es noch einen Punkt, da sagen manche, ja, was ist denn zum Beispiel mit Showstars oder Supersportlern? Da gibt es ja Sportler, der reichste Fußballer besitzt 800 Millionen Dollar. Es gibt Sportmilliardäre. Viele Sportler haben zig Millionen Euro oder Dollar. Bei Bayern München verdienen die Bestverdiener 15 Millionen Euro im Jahr. Haben sie das nicht verdient? Ja, haben sie das. Da gibt es immer noch einen Paragraphen im Strafgesetzbuch, der heißt Unterlassene Hilfeleistung. Da muss man sich mal fragen, ist das nicht ein Verbrechen, ein Riesenvermögen zu haben und zum Beispiel den Hungernden, den Armen in der Welt nicht zu helfen, einfach zuzugucken, wie jeden Tag 30.000 Kinder verhungern? Da einfach zuzugucken? Wie fühlt man sich da? Das kann man auch so machen wie so mancher Promi, wie zum Beispiel Jürgen Höller, der gründet dann mal eben eine Schule in Afrika und steckt da überschüssiges Kapital rein. Wunderbar. Weltweit leiden rund 690 Millionen Menschen laut UNICEF an Hunger und die Superreichen schauen sich das einfach mal an. Das hat natürlich Konsequenzen. Die Wut wächst. Wir hatten vor einigen Jahren diesen Aufstand der 99%, das ist mittlerweile abgeebbt. Die Wut ist noch da und steigt. Einer der wichtigsten Artikel in dem Zusammenhang stammt vom Milliardär Nick Hanauer, der sagte im Politico-Magazin The Pitchforks are coming. Das heißt, die Mistgabelaufstände kommen und zwar auf uns Plutokraten zu. Plutokratie heißt die Herrschaft des Geldes und die Herrschaft der Reichen. Wir werden erleben, dass wir gejagt werden, dass es uns an den Kragen geht. Also sollten wir darauf achten, dass die Welt nicht den Bach runter geht, dass diese extreme Schere zwischen Arm und Reich wieder auf ein akzeptables Maß reduziert wird. Reiche leben heute schon in Angst, verschließen sich in Gated Communities. Das ist in Deutschland so, das ist in den USA so, das ist in Griechenland so, das ist in allen Ländern der Welt so. Die schließen sich ein, aber das verhindert nicht, dass sie, sobald sie mal keine Bodyguards haben, entweder sie selbst oder ihre Kinder ausgeraubt werden. Der Ökonomie-Nobelpreisträger Robert Schiller schrieb hier, wollen wir warten, bis die Ungleichheit einen Bürgerkrieg auslöst? Denn das wird passieren. Soziologen sind sich einig, der wachsende Abstand zwischen Arm und Reich ist schlecht für alle. Warum ist das eigentlich so? Das ist systembedingt. Unser Arbeitsmarktsystem, unser Programmpunkt Arbeitsmarkt kann das verhindern. Aber wie funktioniert das eigentlich, diese Umverteilung von Arm nach Reich, dieses Zinsproblem? Das funktioniert nicht durch Kreditzinsen, das funktioniert vor allen Dingen durch die Zinsen auf Profite. Wenn jemand etwas konsumiert, wenn er also etwas kauft, dann fließt immer ein Profitanteil vom Konsumenten an den Kapitaleigentümer. Jeder Kauf macht immer den Kapitaleigentümer reicher. Wenn ich Miete zahle, dann zahlt der Mieter immer einen Profitanteil an denjenigen, der die Miete kassiert. Wir haben einen ständigen Fluss von Geld von denjenigen, die wenig haben, an die, die viel haben. Und deshalb reißt die Schere systembedingt immer weiter auseinander und das kann sich auch nie umdrehen. Es sei denn, wir tun was dagegen. Und was wir dagegen tun ist, einerseits mit unserem Arbeitsmarktsystem heben wir die Schere von unten an und mit diesem Konzept hier, mit Vermögensbeschränkungen, schließen wir die Schere von oben auf ein akzeptables Maß. Nicht auf Null, sondern auf ein akzeptables Maß. Dazu habe ich mal einen Dreiteiler bei Telepolis geschrieben. Teil 1, die Umverteilung von Arm nach Reich durch Zinsen. Teil 2, warum keine Statistik zu Vermögen oder auch Einkommen stimmt. Und Teil 3, wir haben die Wahl zwischen Vermögensbeschränkungen und Oligarchie. Da ist auch das, worüber wir heute hier sprechen, mal erläutert. Hier sehen wir zum Beispiel mal ein Foto. Das fand ich so typisch. Da war ich mal in Manhattan. Das ist unterm Rockefeller Center. Da gibt es einen Gang, wo man durchgehen kann. Und da sehen wir hier einen Schuhputzladen, wo diejenigen, die nichts haben, denjenigen, die reich sind, die Schuhe putzen. So stellen die sich das vor. Was würde eigentlich passieren, wenn wir eine ernsthafte Vermögensteuer einführen würden? Dann ist natürlich das Geschrei groß, ach, dann müsste ich Deutschland verlassen. Und da will zum Beispiel die SPD eine geradezu homeopathische Vermögensteuer von einem einzigen Prozent beschließen. Und schon ist das Geschrei groß, nein, dann müssen wir das Land verlassen. Die FAZ betreibt hier Propaganda gegen die Vermögensteuer und streut hier Lügen unters Volk. Kann man nicht anders sagen, die Kritik an der geplanten Vermögensteuer wächst. Nein, die wächst nicht. Mit Hasso Platt nach dem SAP-Gründer wündet sich eine der erfolgreichsten Unternehmer des Landes gegen das Vorhaben. Eine Mehrheit scheint zu glauben, die Steuer treffen nur Millionäre und Milliardäre. Das ist aber ein Irrglaube, schreibt die FAZ, denn größere Vermögen sind meist dem Unternehmen gebunden. Die geplante Vermögensteuer würde zusätzlich zur Erbschaftssteuer in die Substanz der Unternehmen eingreifen. Falsch. Das ist völlig falsch. Also wer das geschrieben hat, soll bitte noch mal sein Studium wiederholen. Oder er weiß es und lügt einfach. Das ist nicht wahr. Vermögensteuer betreffen immer nur Privatvermögen und niemals Unternehmen. Es gab auf der ganzen Welt noch nie eine Vermögensteuer, die Unternehmen besteuert, sondern immer nur die Anteilseigner. Was passiert dann? Dann würde der Anteilseigner Steuern zahlen, dann würde er vielleicht ein paar Unternehmensanteile verkaufen, dann gehören die Unternehmensanteile jemand anders. Und einem Unternehmen ist es völlig egal, ob jetzt einem Herrn Meier oder einem Herrn Plattner oder einem Herrn Schulz oder Schmidt irgendeine Aktie gehört. Völlig wurscht. Also das ist reine Nebelkerze, was hier die FAZ wieder und die Leute streut. Es geht um Privatvermögen. Hier sehen wir zum Beispiel mal unten links das Haus von Bill Gates. Angeblich 63 Millionen Dollar. Ich bezweifle, dass das so wenig ist. Rechts sehen wir das Gebäude des reichsten Inders oder ein Gebäude, das er gebaut hat, das fast so hoch ist wie die Europäische Zentralbank, das nur ihm und seiner Familie gehört, wo er wirklich einen Hofstaat hat. Unfassbar. Und da gab es einen solchen Shitstorm, als er dieses Haus in Mumbai gebaut hat, übrigens auf dem Gelände eines Waisenhauses, das eigentlich gar nicht zu verkaufen war. Er hat dann aber einen Lokalpolitiker geschmiert, um dieses Gelände zu kriegen, in der gefragtesten Straße von Mumbai. Ende vom Lied war, angesichts des Shitstorms hat er sich nicht getraut, da einzuziehen. Und da war die Grenze des Akzeptablen offensichtlich überschritten. Er ist jetzt nur noch in einem 22-stöckigen Privathaus, das ausschließlich ihm und seinem Bruder gehört und traut sich nicht hier einzuziehen. Und wenn es um Leistung geht, dann fragen wir mal, was ist denn Leistung? Eine Pflegekraft, die zum Mindestlohn arbeitet, den ja viele nicht erhöhen wollen, müsste 54 Jahre arbeiten, um eine höhere Rente zu erhalten als das Sozialgeld. Sozialgeld ist auch das Hartz IV im Alter. Wenn ich also nicht arbeite, dann erhalte ich 832 Euro Sozialgeld. Und wenn ich 54 Jahre lang Pflege arbeite, kriege ich auch nicht mehr als das. Da kann man nicht sagen, dass sich Leistung lohnt. George Monbiot hat das mal so formuliert, wenn Wohlstand das zwangsläufige Ergebnis harter Arbeit und von Unternehmertum wäre, dann wäre jede Frau in Afrika eine Millionärin. In diesem Zusammenhang darf natürlich Warren Buffett nicht fehlen. Er wird oft zitiert mit, es herrscht Klassenkampf, meine Klasse gewinnt. Aber es geht noch weiter, denn er sagte später, aber das sollte sie nicht. Denn Warren Buffett hat verstanden, worauf das alles hinausläuft. Das wird sehr ungemütlich für die Reichen. Und deshalb müssen wir die Reichen vor sich selbst schützen, vor unendlicher Gier, vor Dekadenz und vor dem Mistgabelaufstand, den Nikanoa ansprach. Apropos Warren Buffett, sehr cleverer Mann, ebenso clever wie Bill Gates und die beiden haben zusammen The Giving Pledge gegründet. Das ist eine, wie soll man es nennen, ein Freundeskreis von Milliardären, die beschlossen haben, wir erklären mal unverbindlich, dass wir große Teile unseres Vermögens noch zu Lebzeiten für wohltätige Zwecke spenden wollen. Theoretisch eine gute Sache, aber der Erfolg war bescheiden. Und die beiden sind auch sich im Klaren darüber, dass Geld den Charakter verdirbt. Nicht immer, aber generell. Hier sehen wir zum Beispiel mal von Finanztipp ein Video zu dem Thema. Geld verdirbt den Charakter in den meisten Fällen. Nicht immer. Und umgekehrt, wenn du einen miesen Charakter hast, wenn du egoistisch bist und skrupellos, dann ist das sehr hilfreich beim Vermögensaufbau. Also auch hier ist ein wirklicher Zusammenhang nicht zu leugnen. Nicht immer, aber generell. Dementsprechend hat zum Beispiel Warren Buffett gesagt, meine drei Kinder werden von meinem riesigen Vermögen lediglich ein bis zwei Milliarden erben. Bill Gates geht noch weiter. Im Raum stehen zurzeit für seine drei Kinder jeweils 10 Millionen Dollar Erbe. Andere gehen so weit und vererben ihrem Nachwuchs gar nichts. Und wieder andere, wie zum Beispiel Elon Musk, sagen sich, mein Geld setzt sich ein, zum Beispiel für etwas total Sinnvolles, was die Welt dringend braucht, nämlich Mars-Missionen. Das sieht auch Larry Page, der Co-Google-Gründer so, der sich sagt, Elon Musk will zum Mars fliegen. Das ist ein würdiges Unterfangen. Das müssen wir unterstützen. Also den Planeten zu ruinieren und dann zu sagen, wir fliegen zum Mars in eine absolut lebensfeindliche, komplett tote Umgebung, wo du sofort tot bist, wenn du deinen Anzug ausziehst, da müssen wir unbedingt hin. Das ist schon schräg. Das ist etwas, was Milliardären einfällt, wenn sie wirklich nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld. Nie zuvor wurde Reichtum so in Frage gestellt. Dazu gibt es zum Beispiel sehr, sehr schöne Videos hier mit Anand Giri Daradas, dem Autor des Buches Winners Take All. Also die Gewinner schnappen sich alles. Und da erwähnt er zum Beispiel, dass ja die Milliardäre auch sagen, ja, wir machen ja Wohltätigkeitsveranstaltungen und hier geben wir ein Millionchen und da ein Millionchen. Das sind alles Peanuts. Das sind alles Alibi-Veranstaltungen. Und vor allen Dingen, was ist denn das überhaupt für eine Einstellung? Wie kommen wir darauf, dass Reiche entscheiden, wem jetzt Wohltätigkeit so gut kommt und wem nicht? Dazu sagte mal Pestalozzi, Wohltätigkeit ist das Ersäufen des Rechts im Mistloch der Gnade. Wer soll denn über Wohltätigkeit entscheiden und über die Zukunft der Gesellschaft? Soll die Gesellschaft das selber machen oder sollen Superreiche sich hier ausleben und der Gesellschaft vorgeben, in welche Richtung wir jetzt entwickeln sollen? Darauf kann es ja wohl nur eine Antwort geben. Und damit sind wir bei der ganz grundsätzlichen Frage, gibt es eigentlich eine optimale Lücke zwischen Arm und Reich? Das Wall Street Journal stellt hier zum Beispiel diese Frage. Wenn es keine Lücke gäbe, dann wäre das Kommunismus. Und der funktioniert nicht. Das haben wir hier auf dieser Webseite mal ausführlich dargestellt. Also das können wir vergessen, weil es nämlich keine Motivation gibt, dann überhaupt noch irgendwas zu tun. Dann bricht hier alles zusammen. Also brauchen wir einen Unterschied. Wir brauchen Vermögende. Wir brauchen Reichere und nicht so Reiche. Aber wir brauchen nicht diesen absurden, diesen obszönen Reichtum. Das ist unser Vorschlag. Das ist eine Diskussionsgrundlage. Unser Vorschlag ist 100% Vermögensteuer oberhalb eines Freibetrags von 30 Millionen Euro pro Haushalt. Und dabei würden wir maximal auch noch die selbst genutzten Wohnimmobilien, die vermieteten Wohneinheiten begrenzen. Denn Immobilien sind nicht vermehrbar, sind knapp und wir müssen dieses Angebot vergrößern. Und es kann nicht sein, dass Menschen davon leben, dass immer wieder Mieten gezahlt werden von denen, die nichts haben, an diejenigen, die zu viel haben. Das können wir noch anders machen. Man kann auch sagen, wir konsensieren das mal und bieten zur Auswahl 5 Millionen, 10 Millionen, 20, 50, 100 oder eine Milliarde. Wie viel darf es sein? Und da laden wir zur Diskussion und zur Abstimmung ein. Stimmt darüber ab, wie reich soll jemand sein dürfen und ab wo wird es wirklich obszön und auch volkswirtschaftlich schädlich. Es sei noch mal an die Gründe dafür erinnert. Diese Gründe sind wirklich gewichtig. Und wenn wir diese Probleme nicht lösen, wird die Gesellschaft zerstört. Kann man das umgehen? Was kann man machen? Man kann sagen, ja, dann gehe ich ins Ausland. Ja, dann viel Spaß. Dann nehme ich meine Immobilien mit. Das geht nicht, denn es sind Immobilien. Die kann man nicht mitnehmen. Also alle Gebäude bleiben hier. Es hat auch keinen Sinn zu sagen, als Unternehmer, dann nehme ich eben zum Beispiel meine ganzen Supermärkte, meine Aldi-Märkte, Lidl-Märkte, nehme ich damit ins Ausland. Geht ja nicht, weil das Geschäft im Inland ist. Was soll ich also Aldi-Märkte nach Dubai transferieren? Was sollen die denn da verkaufen? Ja, dann fängt ja der ganze Marktanteil an, die Konkurrenz. Also völliger Unsinn. Hier sehen wir noch weitere Gründe, warum eine Verlagerung ins Ausland keinen Sinn macht. Dann gibt es das Argument, ja, die unersetzlichen Leistungsträger wandern ab und die Erfinder. Also wenn die Superreichen nicht mehr superreich sein dürfen, dann erfindet ja niemand mehr was. Das ist ein so unfassbarer Unsinn. Dazu muss man auch wissen, 75% der reichsten Deutschen sind Erben. Die haben gar nichts geleistet. Dann gibt es noch die Selfmade-Superreichen. Ja, was haben die denn geleistet? In allerwenigsten Fällen haben die irgendwas Nützliches erfunden, sondern die haben meistens immer nur Konkurrenten aus dem Markt gedrängt. Die haben etwas geschickt vermarktet, aber das sind alles nicht die großen Erfinder. In den allerselzendsten Fällen haben die irgendwas erfunden. Und dann auch mal die Frage, was fehlt denn eigentlich? Was müsste denn empfunden werden, was nur möglich ist, wenn es Milliardäre gibt? Da gibt es ja nichts. Selbst wenn die jetzt weg sind, wenn also die Gründer und die Eigentümer heute alle weg wären, was passiert dann mit Unternehmen? Dann kommt die zweite Reihe des Management und die kann jeden ersetzen. Niemand ist unersetzlich. Das hat Georges Clemenceau mal sehr schön formuliert. Die Friedhöfe sind voll von unersetzlichen Menschen, die alle ersetzt wurden. Es gibt aber legale Umgehungsmöglichkeiten der Abgabe. Die schönste ist verkonsumieren, einfach verballern, ausgeben. So, jetzt habe ich eine Milliarde und habe eine Grenze von 30 Millionen. Das heißt, alles darüber kann ich ja behalten oder kann ich einfach verballern, bevor diese Steuer in Kraft tritt? Ja, viel Spaß. Wie soll das möglich sein? Da kann ich nicht einfach ein Haus kaufen oder einfach Aktien kaufen? Das ist ja nur eine Umschichtung von Vermögen. Ich muss es wirklich verkonsumieren. Wie mache ich das eigentlich? Ich habe schon alles. Ich weiß buchstäblich, wenn ich 30 Millionen Euro Vermögen habe, ich weiß buchstäblich nicht mehr, wohin mit dem ganzen Geld. Und damit wird diese ganze Sinnlosigkeit großer Vermögen auch offensichtlich. Wozu also noch höhere Vermögen? Es geht nur um politische Macht. Und die ist inakzeptabel. Wenn ich es nicht verkonsumieren kann, dann kann ich eigene gemeinnützige Projekte machen. Siehe zum Beispiel Jürgen Höller, eine Schule in Afrika oder ich kann eine Schule in Afghanistan aufbauen für Mädchen oder ich kann Brunnen bohren oder was auch immer. Also ich kann in der dritten Welt so viel Gutes tun, statt einfach nur auf dem Geld zu sitzen. Oder ich könnte natürlich wie ein Spieler von Bayern München das mal gemacht hat, nach Dubai fliegen in ein besonderes Restaurant und kann mir meine Steaks mit Blattgold überziehen lassen und dann esse ich buchstäblich Gold. Ich kann es noch einfacher machen und kaufe mir für 425 Dollar Goldpillen. Wenn ich die runterschlucke, kann ich hinterher mir mein Geschäft bewundern und sehe dann in der Toilette, wie es golden glitzert. Toll, super. Also so könnte man noch Geld verballern. Sir Peter Ustinov hat es sehr schön formuliert, es hat wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Und schließlich sei noch erwähnt, die Einnahmen der Vermögensbeschränkungen gehen nicht an den Staatshaushalt, die gehen in echte Entwicklungshilfe. Wirkliche Entwicklungshilfe, also nicht, dass wir dann das davon abhängig machen, dass dann irgendwelche deutschen Maschinen gekauft werden, sondern echte Hilfe zur Selbsthilfe. Teilen, liken, abonnieren und konstruktive Kommentare sind hilfreich, wenn du möchtest, dass dieses Konzept Realität wird oder dass zumindest darüber diskutiert wird. Vielen Dank. Vielen Dank.